Hallo und guten Tag, ich bin Anja Sormann, Inhaberin von saubersaugen.de, Ihrem Spezialisten für Vorwerkstaubsauger. Wir sind ein freier Fachhändler ohne Bindung zur Forma Vorwerk, handeln für Vorwerkstaubsauger, passendes Zubehör und Ersatzteile und auch die Geräte. In meinem letzten Video habe ich Ihnen die verschiedenen Baureihen der Vorwerkstaubsauger vorgestellt. Heute möchte ich etwas genauer auf die Baureihe der Kobold Handstaubsauger eingehen. Wir beginnen in den 80er Jahren mit dem Kobold 120 bis 122, das sind diese sogenannten Stoffsackmodelle. Dann gab es in den 90er Jahren die Weiterentwicklung mit einem Vollplastikgehäuse vom Kobold 130 und 131. Dieser wurde weiterentwickelt in den Kobold 135 und 136, schon mit einer weiterentwickelten Teppichbürste. Dann gab es den Kobold 140 mit dem 150 und als neuestes Modell handeln wir den Kobold 200. In meinem nächsten Video zeige ich Ihnen die exakten Unterschiede innerhalb der einzelnen Baureihen, worauf Sie achten müssen, was für Sie wichtig ist. Alle Geräte finden Sie bei uns im Online-Shop. Schauen Sie einfach vorbei oder rufen Sie uns an, wenn Sie Beratungsbedarf haben unter 0351 40 34 308 oder besuchen Sie uns unter saubersaugen.de. Danke! Danke! Danke!